Yo, was geht ab, mein Lieben von Herzlich Willkommen auf D.O.W.G. Und zwar wollte ich mich kurz melden. Der Rapper Azad und Samra haben gestern ein Lied veröffentlicht mit dem Namen All In. Es war ein offizielles Audio-Lied, also kein richtiges Musikvideo, sondern nur die Audiospur war zu hören. Und zwar kam er in der Kritik. Und zwar werden zwei Lines in diesem Song sehr heftig diskutiert. Und zwar geht es um die Line Ficke einfach Grazien mitten in Kroatien. Mein Leben schmeckt jetzt wie Gelato Pistazia. Die nächste Line ist Voila, ich habe Kohldampf, Volumenstoß an. Serbische orthodoxe Bitches feiern mich wie in Ostern. Und zwar hat Samra auf Instagram gepostet Ich entschuldige mich für die Line auf dem Azad Song. Ich selber habe sie nicht so aufgenommen. Ich liebe jede Nation und respektiere jede Religion. Herzchen 100%. Ja, Freunde, das hat wohl, ja, der Versuch natürlich das jetzt ein bisschen wegzutuschen mit einer Flagge, mit einem Es tut mir leid und einem kleinen Herzchen. Tja, das ist natürlich Ansichtssache, ob man diese Entschuldigung jetzt annimmt. Aber was man natürlich dazu sagen muss, er hat seinen Fehler erkannt und sich sofort entschuldigt. Capital Bra und Samra haben im Auto dann ein Video gepostet, Freunde. Das kann ich euch auch jetzt kurz einblenden. Könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, Freunde, das war es zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und Peace out.